Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu 500 Jumps to Success mit der wunderschönen bezaubernden The Julia Trinh. Hallo. Hallo. Können wir etwas vereinbaren? The Julia Trinh nur sagen. Oder du übst das TH. The. Nee, du. Ich mag mein The. Du sagst The. 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 Ja. Die nennen mich jetzt dann um. So, warte. The. 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 Wo nennst du dich jetzt um? Ich habe keinen Blick auf den TS im Übrigen. Ich habe es auch hier im Chat geschrieben. Achso. The. Genau. The. The. So nenne ich mich jetzt. Komm Schatz. Nee. Du bist jetzt knallhart vorbeigesprungen. Ach nee. Aber knallhart. Das habe ich aus meiner schlechten Perspektive noch gesehen. Das war hängen geblieben am Zaun. Oder nicht gesprintet. Eins von beiden. Ich habe nicht gesprintet, weil ich glaube, dass man den ohne Sprinten schafft. Das war jetzt auch nicht gesprintet. Den sollte man sprinten. Sicher? Ja. Ja. Den gerade, den du gerade gesprungen bist. Den sollte man sprinten. Der Rest kann sein. Vielleicht wenn man gerade drauf zuspringen würde. Aber ich bin nicht gerade drauf zugesprungen. Es reicht halt der Schwung von hier weg. Ja, ja. Mit Steuerung. Also so. Hoch. Reicht normalerweise. Spring schon wieder drüber. Du solltest nicht so spät vom Block abspringen. Ja, deswegen sage ich ja. Mich würde es nicht wundern, wenn man da gar keinen Sprint-Sprung bräuchte. Ja, kann gut sein. Boah. Ich gehe mal weg. Ich gehe mal auf die Seide, mein Schatz. Kannst ja dann in Ruhe probieren. Jetzt springe ich nicht. Wieso? Weiß ich nicht. Konzentration. Dann geht das. Ich konzentriere mich. Das sieht nicht so aus. Was? Woher willst du mein Hirn gucken können? Ich habe Fähigkeiten. Und ich werde sie einsetzen. So, und jetzt... Ich will ja nicht mehr runter. Jetzt zurück. So weit zurück, wie du kannst. Schwung holen, ne? Du wüsst mich doch gar nicht. Ich sehe dich. Du schaust weg? Ich schaue nicht weg. Ich gucke dich an. So, jetzt kannst du aufrecht stehen, sprinten und springen. So. Nochmal das Ganze. Yay. Passt. So. Der war knapp. So. Den gesprintet. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dann von ungefähr Mitte des Blockes diese Ecke angucken. Diese Ecke. Ja, ja. Das ist mir klar. Und dann... Oh, ich habe es geschafft. Ich habe den Spawnpoint gar nicht gebraucht. Nein. Nein. Ich hätte den Spawnpoint gar nicht gebraucht. Nein. Und dann fällt es runter. Komm. Das war jetzt ein Glückstreffer, dass ich diesen Block geschafft habe. Nein, das war kein Glückstreffer. Das war können. Wieso springst du nochmal? Ich habe geschifftet. Ja, aber trotzdem, wenn du springst... Ich habe nicht. Ich bin gesprungen, habe Shift gedrückt und der ist nochmal gesprungen. Ja, ja. Ernsthaft? Dann hast du Leertaste gedrückt gehalten oder nochmal gedrückt. Weiß es nicht. Nein, habe ich nicht. Willst du dir aber hier nochmal einen Spawnpoint setzen? Ja. Fällt jetzt mal rückwärts. Das Schlimme ist, ich bin mit Shift so weit rückwärts gegangen, wie es ging, ne? Ja, aber dann hast du es noch nicht losgelassen gehabt. Doch, habe ich. Habe ich. Ganz sicher. Ja, Schatz. Schatz, ich bin so weit rückwärts gegangen. Schau, so wie jetzt. Ich gehe jetzt so weit rückwärts, wie ich rückwärts gehen kann, ne? Ja. Jetzt habe ich, gehe ich nicht mehr rückwärts und habe Shift, ja? Ja. Jetzt lasse ich Shift los und dann bin ich runtergefallen. Ja, ist ja schön. Nicht schön, war ein Bock. Oh, komm Schatz. Hui. Ne. Zu kurz. Ach ne. Hui. Ah. Du Arsch. Ich wollte dir Schwung geben. Du Arsch. Ich wäre beinahe am vorne wieder runtergefallen. Ich hätte es lustig gefunden. Jetzt habe ich so ein Drecksbett schon wieder dabei. So, wie schmeiß ich? Das ist so creative. Ja, ich merke es. So, T. Äh. Du. Jetzt hätte ich beinahe den Nummernblock gedrückt. Danke, Schatz. Bitte. So. Wir können übrigens weiter. Ah. Okay, wenn du sagst. Natürlich. Ich bin nochmal vorsichtig zu haben in Spawnpoint. Ja, wäre vielleicht nicht verkehrt. Äh. Warum bist du denn jetzt von Glück gefallen? Weil ich einen Tastenwurm hatte. Ich habe Steuerung für Schiff gehalten. Na, das ist aber falsch. Ja, das ist mir jetzt auch bewusst. So, komm. Nein. Da war eine Leiter. Verfluchte Scheiße. Ich hätte an die Leiter gemusst. Ja, da war auch eine Leiter. Oh, hier sind keine Creeper, die explodieren könnten, wenn ich ankomme. Oh. Keine Flausche, Viecher zum... Na, ich fand das Loch schon so schön, dass da unten sich schon gebildet hat. Fandest du das Loch schön? Ja. Muss man an die Leiter dran? Weiß ich nicht. Da war der Flow nicht mit mir. Wolltest du das mit Flow machen? Ja. Ja. Ja, das gesagt. Ui. Natürlich, mein Schatz. Wolltest du meine Fuschis? Musst du dir Socken anziehen? Ich habe Socken an. Deine dickere Socken. Ich habe keine dickere Socken, als die, die ich anhabe. Dann musst du deine Flauscheträte anziehen. Nee, wir sollten einheizen. Ja, mach halt mal. Ich war heute bis um drei in der Arbeit. Muss ich jetzt mit dir aufnehmen. Keine Zeit zum einheizen. Fiffel! Heiz dich mal. Nein! Genau, heiz dich ein, Katze. Nein! Mensch! Das ist wieder so ein ekelhafter Sprung. Was denn? Sind alle ekelhaft? Nö, nicht alle. Fast. Oh. Da habe ich die Ecke nicht erwischt. Ich war auf der Leiter. Also so ganz kurz. Ich springe momentan nicht. Ich habe gerade momentan keinen Bock zum Springen. Was warst du denn in den selben Spawnpoint wie ich? Keine Ahnung. Glückstreffer. Ich war nicht hier. Alter, aber ohne, ich habe den Sprung ohne Leiter geschafft. Ja, ich ja auch. Ich bin wieder runtergefallen. Ich bin nicht gesprungen. Oh, okay. Ah, geh weg! Wer? Na du! Ja, bin doch schon weg. Na, von uns beiden muss ich jetzt einen Spawnpoint anders setzen, ohne Scheiß. Okay, wenn ich nochmal auf den Boden auftische, mache ich das. Na, ich bin schon. ja dann machen wir wiederbeleben stück hierüber falsche richtung ja dachte ich mir auch gerade so die leiter mag mich nicht wo dafür gießt er einfach mal dort springen ja hallo bleib jetzt hier okay wenigstens kann man hier nicht drüber weg springen ja so dass jetzt gemacht ist einfach rüber ja ja ich bin einfach über na dann bist nicht gesprungen ich weiß wollte ja nur sagen falls du eine fehleranalyse gebraucht hättest okay danke daran seite sind auch leiter ich weiß nicht verwahrt wohl zum dran springen ja natürlich und block aus raum ich nicht auf die leiter nein immer dieser mäuse pups du bist einer leider ja das finde ich ja fast gescheatet wieso wo ich meine war nun war nur eine gaudi nein wie du ach okay auf der anderen seite ist die leiter leichter zu erreichen ja dann schon sag halt das so siehst du doch selbst nein habe ich nicht gesehen ich dachte die ist genauso weit weg wie die andere aber naja bin gerade überlegen ich glaube man muss hier hin und her ja natürlich also erst auf die eine seite dann auf die andere mach mal nein es war der tod wird der umschalter der umschalter war mein tod ich bin nicht gesprungen ja kenne ich irgendwo ja war ich schon so weit das ärgert mich jetzt wieder von vorn anfangen zu müssen oder hast du spawn points gesetzt nein weil ich so schnell wieder hier war oder was ja danke boah okay was bringt mir die leiter nichts muss ich jetzt an die ran ja geil boah jetzt diesen sprung wieder schaffen du brauchst finns nix die lachst du mich aus nein du lachst mit mir ja klar ok ich bin kalt hey seite sich ja, hättest du ganz frühiosis unternehmen müssen dagegen früher aufstehen zum das bleistift dücja hat zum einheizen daste für n gerüchte oder ja ja Ich bin auf der Leiter, das ist so geil. Ich dachte, ich wäre noch auf dem Block. Irgendwas blockiert mich hier beim Springen. No, ich schaffe den einen Sprung nicht. Irgendwas blockiert... Da ist eine Leiter drüber! Haha. Ja, ist klar, da falle ich dann runter. Die Leiter überhalb, das ist schon fies, ne? Ah, so ein bisschen. Hallo! Hallo! Wir haben nicht die gleichen Spawn-Points. Irgendwie haben wir es wieder geschafft, dass wir die selbst spawnen! Nein, 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 nein! Immer diese... Ah! Unaufmerksamkeit. Ja, das ist immer wieder toll. Obwohl, dass man den Sprung schon hundertmal gemacht hat, ne? Naja, hundertmal jetzt auch nicht. Nur rückwärts runter. Lustig wäre... Oh, ich bin vom Schleim weggetitscht. Ist nicht gesprungen. Ist nicht gesprungen. Ja, ich weiß! Du auch nicht. Doch. Dann zu kurz. Äh, ja, die Leiter hat mich wieder nicht lieb gehabt. Achso, hat die dich wieder abgeworfen? Ja. Glaub ich. Spielst du Rodeo mit dir? Ja! Rodeo leider! Ich bin auch mit Shift-Sprung gesprungen. Neeein! Pam! Doch! Doch! Oh, fuck. Doch, oh, fuck. Na, den Sprung hab ich bis jetzt jedes Mal geschafft gehabt, das hab ich das erste Mal nicht hinbekommen. Und rückwärts wieder runter. Den vom Leiternblock, oder wie? Naja, von dem Nuppel da. Da, wo man nicht drüber hinweg springen kann. Hast du die Leiter etwa losgelassen? Naja, ich bin drüber gerutscht. So. Wir schlagen irgendwie immer auf den selben Punkt auf. Bemerke ich gerade. Ah, ich bin auch ein bisschen überastet heute. So, den Sprung, wo du jetzt machst, den hab ich irgendwie nicht geschafft gehabt. Ich weiß nicht warum, der ist ja jetzt noch nicht mal schwer. Ey, nicht wirklich. Höh! Okay. Ich bin direkt von Leiter zu Leiter gesprungen. No, ich bin gar nicht gesprungen. Das ist nicht so geil. Ich bin auch vom Schleim weggetitscht. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Mich blockiert eine Leiter zum Springen. Das ist ein bisschen blöd. Darf ich den Sprung einfach nicht mehr? Das ist scheiße. Nein! Pam! Doch! Nimm mal auf den Boden. Alter, hat's ja schon zurückgeworfen. Du werden nicht hart. Ach nee! So wie der Boden. Ach nee! Na, das ist Käse, was ich da jetzt mache. Oh, pfff! Wieso läufst du die Leiter runter? Oh, das hat sich fast ein bisschen knuffig angehört jetzt. Du bist über die Leiter gerutscht? Habe ich vernehmen können? Ja. Wie ich das weiß, ne? Mhm. Ah, ich war direkt hinter dir. Hast du meinen Atem gespürt? Nein. Oh, schade. So. Ich werde diesen Sprung jetzt so fix nochmal schaffen. Ja, geht doch. Die Leiter blockiert mich beim Springen. Blockiert mich hier auch. Hier auch. Wie weit ist das jetzt? Diesen einen Sprung hier schaffe ich nicht. Muss ich den von hier jetzt machen? Oder von der anderen Seite? Nee, von der schon. Von der. Ja. Weit rausziehen, soweit wie du kannst. Ja. Die Lücke hier ein bisschen und mit Sprintsprung hier rüber. Kann auch sein, dass du an der Leiter landest. Oh! So, dann mit Shift hier rüber und dann einfach nur hüpfen. Guck mal, da ist eine grüne Wolle. Wow. Da. Wow. Ah, da. Okay. Ich weiß halt nicht, wie der geht. Guck mal. Also ich komme nicht höher so als so beim Springen. Wenn mich die Leiter hier drüber blockiert. Aber ich muss hier eins höher kommen. Und das kann ich irgendwie nicht. Was ist die Lücke? Ja. Ich habe den Spawnpoint. Ich habe den Spawnpoint. dran, oder? Eventuell. Eventuell. Okay, wir bedanken uns fürs Zusehen. Dann sagen wir Tschau und Tschüss. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschau. Bye, bye.